Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit dem Dalukat. Hallo. Und dem Liquid Duck. Quok quok. Und. 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 Was? Was? Achso, am Ende kam er so und und dann. Ach ja. Und ich muss wieder mit Quoten spielen, das meinte ich. Das war's. Wen hast du denn bei den Attackern? Achso, SRS, ich nehme mal hier GSG9. Bist du, glaube ich, gelb. Und firmlo. Ablau. Ja, okay, könnte. Blau. Ich glaube, es hat damit zu tun, welche Waffe du nimmst, damit man das halt noch sehen kann. Macht ja auch Sinn. Ich habe Waffen nicht geändert. Äh, achso, du hast dieselben Waffen jetzt. Hast du irgendwas geändert? Aber du kannst doch SRS oder GSG9 oder whatever. Weil, wenn du guckst bei uns, bei Twitch, ich habe einen grünen ran, Termite hat einen blauen. Ach, die Map. Die kenne ich noch nicht, das ist cool. Kennst du noch nicht? Wahrscheinlich Keller. Also sehr wahrscheinlich Keller. Ja. Ne, ist nicht Keller, nicht Keller. Aber in der ersten Teil ist ein Störsender. Ich fahre mal nach oben. Hier oben ist Stacheldraht und ein Störsender irgendwo. Und die Kamera wurde ausgeschaltet. Ach, ja, ja. In die Treppe kommt man nicht hoch. Ja, genau. Ja, schau mal, dann nehme ich dir irgendwo. Anderen Weg nach oben kenne ich gar nicht mit der Drohne. Ha, wenigstens trotzdem noch ein Enemy gescannt. Na ja, da muss er dann oben sein. Nicht nach oben alles zumachen. Werf eine Drohne rein. So, ich bin drin. Einer chillt hier im Raum, der kämmt hier. Krabs, du kannst da noch reingehen. Unten in dem Raum, oder was? Da, wo Krabs jetzt vorm Fenster steht. Da kannst du noch rein. Und dann ist links ein Mini-Room. In dem Raum sitzt einer drin. Der guckt... Ah, shit, sorry. Ne, er hat die Position gewechselt. Ach, Mann, sorry. Jetzt kann ich ihn erst markieren. Jetzt hat er mich gesehen. Und da hau ich ab. Kann man da durchballern? Hast du noch Augen, Krabs? Ne, hab ich leider nicht mehr. Kann nur dir zugucken, oder den anderen. Weil ich wurde gespottet. Der Drohne sitzt im Störsender. Ne, hier kannst du rein, Dalu. Den du gerade aufgeschossen hast. Wir verstärken, Leute, Wände. Nicht, ah. Ja, okay, dann halt. Cool. Wenn wir den nirgends nach unten durchbrechen, äh. Jetzt mal drühen, drühen. Shit gemacht? Komm schon, komm schon. Ja. Okay, Piles sind kaputt. In dem Raum, wo Krabs erschossen wurde, ist immer noch einer. Einen taser ich jetzt die ganze Zeit an, ey. Der macht nämlich auch was. Der hat nämlich auch irgendwas gemacht. Left side, guys, left side. In dem Raum, wo Krabs erschossen wurde, ich geh. Den habt ihr, alles klar. Ah, eine Kamera an der Decke. Ja. Oh, careful, Flash! Hinten, rechts in der Ecke. Den habt. Den habt. Den habt. Amba. Der hat so direkt an der Rage gewählt, ey. Ich hab so nur der Puppe den Kopf abgeschossen. Hat man auch sehr schön gesehen. Alles. Oh, round two. Die Fette. So, jetzt hab ich ein Schild wieder. The Fuse. Ach, nee, du bist der Doc. Der Doc hat doch kein Schild, oder? Doch, der Doc hat ein Schild. Oh, okay. Ah, dieses Aufstellen. Aufstellen. Ach so. Spielkammer, wollte ich dort sagen. Mein Puppenhaus. Ja, das könnte ich theoretisch auch nehmen, aber ich will eigentlich diese, diese Charge nehmen, die ich selbst hochjagen kann. Ja. Auch wenn die noch nie funktioniert hat. Weil jedes Mal hab ich die irgendwo angebracht und dann haben sie die da vorher noch gesehen. Gestern war das schön. Da hab ich nämlich durch die Kamera geguckt, glaube ich, ne? Ja, genau. Und dann hab ich gesagt, jetzt! Und dann hat Krabs gezündet und dann ist einer gestorben. Das war richtig schön. So, jetzt muss man wieder hoffen, dass die Runde losgeht. Ja. Das steht mal beiden. Vier von fünf. Mhm. Ja, geht aber los. Gut. Barricade the room. We need to protect the biologic container. We need to protect the biologic container. Modify the area. Hier könnten sie durchbrechen. Das verhindern wir mal. Kannst du seine Aufstellwand hier hinstellen, Krabs? Wo bist du? Hier, ne, hinter dir. Hier. Hier hin, oder? Ja. Die können doch von oben kommen. Ja, genau. Die können aber nur von oben runterklettern und hängen müssen über die Wand dann nochmal drüber springen. Versteht's? Die Wand soll die blocken. Die so gut geht. Nur, dass die nicht direkt drüber kommen. Und hinter deinem Ding liegt jetzt nämlich ein Bömske. Ein Bömske. Und wenn die da rüberklettern, dann geht die Party ab. Wenn Deftones nicht was anderes vorhat. Ja. Einer ist oben da. Einer ist oben da. Einer ist oben da. Die haben da eine Mine hingelegt. Eine Taser-Drohne. Oh, das Gas ist gut. Das ist oben gewesen jetzt. Ja, der Sack steht da mit seinem Schild. Aber man dürfte ja doch das Gas nicht abfangen können. Ne. Oh, die können sogar von über dir kommen. Ist verstärkt. Hab ich verstärkt. Bin ich direkt am Anfang hochgerannt und hab's versteckt. Die kommen jetzt aber Treppenhaus. Einer auf jeden Fall. Treppenhaus seh ich. Er sieht mich aber auch. Er sieht mich aber auch. Wo ist der? Tot. Ja. Ich wollte ihn hochsprengen, aber das hat nicht geklappt. Ich hab im Treppen, ich hab da zwei gesprengt an der Leiter. Da ist er. Wollte auch mal einsprengen, aber er wollte nicht. Wenn er da oben die ganze Zeit mit dem Schild steht, hab ich meine Bombe nochmal aufgehoben und die hochgeschmissen direkt. Wo gehen wir rein? Ich hab Training-Kurs ausgewählt, finde ich mein Grund. Ganz gut. Es lädt G. Ja, der Russe wollte lieber seinen Spetsnaz haben. Tut mir leid, dass ich ihn weggenommen habe. Sifth-Tones. Locate the Biohazard Container. Da sind es im Keller. Ja. Du bist schon ausgeschaltet, der ja... Oh, was? Direkt der Störseite vor meiner Fresse. Der hat den direkt vor meine Fresse gesetzt. Also sind da im Fall unten. Ja, sind unten. Im Keller. Der war, ähm... Das ist von außen dieser eine Schacht, wo du runter droppen kannst. Direkt da am Ausgang. Ich kann nichts machen, ne. Hier, Duck hier unten. Kannst du auch Dings reinmachen, ne? Mit Drohnen. Oh, okay, du hast es nicht. Wie, bitte? Hier, passt schon. Ich bin direkt getötet worden. Wow. Am Fenster. BTF? Ach, der steht da. Okay, ja. Das, was du aufgeschlagen hast, da steht jemand. Der, der steuert die Drohne von hier. Der guckt Kameras oder whatever. Leute, die Kamera von hier noch nicht gesehen. Gucken gerade alle Kameras. Da. Ich habe eine. Oh, what? Ich hoffe, die rollt dahin, wo sie hin soll. Ja, habe ihn getroffen, aber er lebt noch. Das ist ja mal schön. Jetzt ist es für dich. Ah, schade. Ah, Mist, da unten. Hallo. Wo kann ich denn hier den Boden einschlagen? Wie ihr habt. Kannst hier runter. Wir sind hier unten schon. Kannst du Price machen. Aber das gefällt mir nicht. Okay. Es ist hier hinter. Seid ihr bereit? Hallo. Hinten. Oh Gott, aber er sieht es auch nicht. Was? Ja, da. Gegenseitig. Oh Gott. Oh, Mann. Ich ruhe mich schon mal aus. Ich ruhe mich schon mal aus. Flawless Victory. Sehr schön. Ja, dann gucken wir uns die Punkte an und Darlow hat gewonnen. Und ich würde auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.